So kannte man es viele Jahre. Steinmeier in verschiedenen Ämtern unterwegs, um in freundschaftlicher Atmosphäre russische Politiker zu treffen. Der heutige Bundespräsident steht für eine Russland-Politik, die offensichtlich in eine Sackgasse gelaufen ist. Wollte Steinmeier im ARD-Interview nichts wissen von einer russischen Expansionspolitik. Ich sehe nicht, dass es jenseits der Krim im Augenblick Begehrlichkeiten Richtung der Ostukraine geht. Es geht jedenfalls nicht in Richtung einer Annexion und Eingliederung in russisches Staatsgebiet. Ich glaube, darum geht es nicht. Heute im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten im Schloss Bellevue dann die Steinmeier-Wende. Denn meine Einschätzung war, dass Wladimir Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen würde. Da habe ich mich wie andere auch geirrt. Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben einen Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben. Doch nicht nur Steinmeier steht für seine Russland-Politik in der Kritik. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel lässt sie heute erklären. Bundeskanzlerin AD Dr. Angela Merkel steht zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel 2008 in Bucharest. Begonnen, die ehemalige Bundeskanzlerin braucht offenbar noch etwas Zeit.